Hallöchen, wir versuchen mal wieder einen kleinen Speedrun-Versuch. Mal sehen, ob das gelingt. Das ist schon der dritte Versuch. Im ersten Versuch hat der Pet gestreikt. Irgendwie plötzlich keine Verbindung mehr gehabt. Im zweiten Versuch habe ich der Gegner leider getroffen. Dementsprechend muss ich dann nochmal anfangs neu anfangen. Der Feind eines jenen Speedrunners, der nicht abbrechbare Tex. Ich weiß, es gibt definitiv dann noch Speedrun-Varianten, die deutlich schneller sind. Aber ich habe leider jetzt keine japanische Version. Ich habe nur die englische und die deutsche. Also die englische durch die Super Nintendo Mini. Die deutsche halt, ja, das Modul. Ich glaube, die eigentliche Version war dann noch ein bisschen kürzer vom Text her als die deutsche. Okay. So weit, so gut. Ich darf ja keine Zeit verlieren. Hier ist auf keinen Fall treffen lassen. Hier auch nicht. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. So weit, 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 so weit Das muss viel schneller gewesen sein. Diesmal habe ich direkt den richtigen Weg gehabt. Ja, dann sage ich mal wieder danke fürs Reinschauen und hin und wieder werde ich dann auch nochmal versuchen schneller hinzukriegen. Aber ich glaube so viel schneller geht es dann auch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.